Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil von dem Prolog von Astrometica. So, meine Lieben, wir brauchen ja noch ein Backpack. Und jetzt will ich noch mal kurz gucken, was wir dafür brauchen. Jetzt knallt es unter mir. Silber war das. Silber, Silber, Silber. Die Karte, die hatte ich ja schon, ne? Achso, und ich wollte mal gucken. Kann ich den Oxygen-Tank hier benutzen? Warte mal. Kupfer. Hier, die Karte hatte ich schon. Also, will ich mich mal heilen? Okay. So, ich habe Durst auch noch so ein bisschen. Ups. Du solltest das... Achso, das geht nicht, wenn. Und essen können wir jetzt auch mal was. Alles klärchen. Ähm, so. Wenn ich jetzt... So. Achso. Okay, die nehmen wir mal mit. Alles klar. So, dann lass mal gucken. Batterien muss ich auch noch mal machen. So, ich weiß jetzt mittlerweile, dass da wohl Silber vorhanden ist. So, wie war das hier noch mal mit dem... Jetpack. So. So, hier... Hier ist irgendwo... Silber drin. Da. Einmal. da ist noch so ein Kristall. So, war nur der. Hier Silber ist das aber nicht, ne? Ja. Hier sind doch auch so eine... Ups. So, ich packe das mal erst mal hier rein. Silber. Äh... Hier sind doch auch so eine Dinger, die man aufmachen kann, ne? Da ist ein Container. Ich kann halt noch nicht so weit, ne? Das ist das Problem. Also, da traue ich mich noch nicht hin zu fliegen. Aber hier sind so... Und da auch noch nicht. Hier sind aber so Dinger. Hier sowas. Kann ich das aufmachen? Warte mal. Einmal kurz... Luft tanken. So, da. Ist da was drin? Äh... Äh... How was... War's das jetzt schon? Achso. Okay, okay, okay. Ich hab das also aufgemacht. Achso, die Batterie brauche ich ja dann auch später. Das ist gut, aber ich hätte gerne noch ein zweites Silber, ne? So, wo haben wir denn noch irgendwo so was zum Uf machen? Ja, keine Ahnung, wo ich noch das Silber jetzt mal so spontan herkriege, was nicht so weit ist, ne? Hm. Also, ich kann mich ja wirklich noch nicht weit weg bewegen. Was sind denn das für Dinger hier? Oh, das ist toxik. Alles klar. Aha, das sind die toxischen Sachen. Alles klar, war ich bescheu. Weiß ich bescheid? Ne, das schaffe ich wieder nicht. Gut, also. Dann ist ja ein Wunder, dass das nicht toxisch ist, ne? So, keine Ahnung, wo ich jetzt hier nochmal Silber finde. Auf die Schnelle. Komme ich da hin? Kann ich denn noch Sauerstoff herstellen? Gucken wir mal. Ich muss mich ein bisschen weiter weg trauen, glaube ich. Oxygen-Kapsel. Oxygen-Tank, Eis und Copperwire. Ja, da machen wir wohl mal ein bisschen. Ne, hier habe ich das reingepackt. Eis, Copper, 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 Eis. Eisen, Eisen. So, dann brauchen wir erst mal das. Und... Ah, ich brauche zwei Eis, okay. So. Dann habe ich jetzt nochmal zwei Oxygen-Tank mit. So, und wo wollte ich jetzt hin? Der unter mir ist am Kram und am Wühlen. Da, schaffe ich das? Ah, hier sind auch so eine Dinger zum Aufmachen. Warte mal. Was ist denn da? Not available in Dingsbooms. Mal gucken. Okay, hier haben wir... So. Oxygen. Ach, hier drin ist gar kein Oxygen-Konsum. Das ist ein Copperware, okay. So, da le... Was ist denn das? Okay. Na, dann nehmen wir nur den Kleinkorn mit, wa? Ja, Silber müssen wir erst mal gucken. Nee, ich will das jetzt nicht nehmen. Nehmen wir nochmal sowas mit. Nehmen wir ihn. Was ist das? Fabrik. Okay. Ach, hier habe ich jetzt so viele Dinger gefunden. Super. Eis. Zack, 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 zack. So, dann machen wir nochmal so ein Sauerstoff-Ding. Also, wir werden wohl nochmal ein bisschen weiter fliegen müssen für... Ich will hier nicht. Ich will erst mal gucken, was ist das da oben? Danger. Nee, das explodiert. Das will ich nicht. Die können wir nicht aufmachen. So, ich bin mal in der Nähe. Hier ist noch so eine Kapsel. Habe ich die schon aufgemacht? So, warte mal. Vielleicht hat man ja mal Glück und in der Nähe... ist dann mal... So, wo war die jetzt? Bis ich sie wiedergefunden habe. Ist mein Sauerstoff wieder alle. Ich brauche doch einfach erst mal nur Silber. Und das andere interessiert mich nicht. Aber ich kann nicht so weit wegfliegen halt, ne? Aber ob ich das da schaffe, da hinten hinzukommen? Halt. Ich will dich haben. Da will ich hin. Das dürfte zu weit sein, ne? Aber ich muss es probieren. Was ist das, hm? Use laser tool. Habe ich nicht. Ah, das kann ich alles noch nicht aufmachen. Okay. Da muss ich wieder zurück. Ach, nerv mich doch nicht. Ja, ich muss rausfinden, wo es noch Silber gibt, ne? Ansonsten habe ich keine Chance. weiterzumachen. Gibt es hier irgendwo so eine Hilfe oder so? Oh. So, weil ich will jetzt hier auf der Quest nicht vorgreifen. Das ist voll. Okay, dann packen wir das noch hier rein. Und dann nehmen wir nochmal das raus. So, was ist ein Burger? Organic. Ach, Medi-Cat, zwei Fabrik. Shield-Modul. Aha. Ah, Silber, wieder Silber. Chipset. Glass. Ja, hier komme ich nämlich absichtlich noch nicht rein. Das heißt, ich muss erst mal Silber finden. Ich weiß nur nicht, wo. Das war Eis. Das war radioaktiv. Das explodiert. Ist hier sonst noch irgendwas in der Nähe? Äh, das ist mit, das ist zu weit weg, ne? Obwohl, das ist genauso wie das. Das könnte man mal probieren, wenn ich nochmal ein bisschen Eis hole. Jetzt ist es mal, dass ich nochmal zwei Sauerstofftanks mitnehme. Ich muss auch nochmal was trinken. Jawohl. Du, wir besorgen jetzt nochmal Eis. Kupfer, Kupfer, Eisen, Organics. Dann nehmen wir nochmal dieses Kupfer. So zwei Tanks sollte ich noch machen. Das wäre aber nicht schlecht. So, hier hin. Dann machen wir noch so einen Kupfer. Und dann machen wir noch zwei Oxygen-Tanks. Okay. Okay, und dann müssten wir gerüstet sein, um mal da unten hinzufliegen. Hoffe ich. Was ist denn das da für ein Viech? Eine Weltraumqualle? Da will ich aber nicht zu nah kommen. Das ist Eisen. Ja, ja. Das war's. Oh ne, das, da gehe ich noch nicht rein. Oh! Oh, der tötet mich. Hätte ich mir ja denken können, dass das ein Feind ist, ne? Ja, ich muss glaube ich mal nachgucken, wo es Silber gibt. Weil im Moment habe ich keine Idee. Oh, das nervt. Oh, das nervt. Ich weiß. So, das habe ich noch geschafft. Ja, okay. Die hat mich angegriffen, alles klar. War auch zu erwarten. Nickel. Oh, Nickel, ne? Nickel, ne? Keine Ahnung. Da soll man das am Anfang machen. Und dann gibt es... Äh... Gibt es, ne? Health. Ich brauche noch mal so ein Dingens hier. Ich muss mal ein bisschen besser aufpassen. Ist ja schlimm. So, jetzt sammeln wir erst mal das hier in nächster Nähe. Und ich gucke dann mal, ob es irgendwo einen Tipp gibt, wo es... Äh, halt. Hallo? Wo es Dings gibt. Silber. Das wäre ja schön gewesen, wenn hier was rumgeflogen. Denkst du, ich... Hallo? So. Ich brauche diesen Laser erst. Da. Guck mal, da ist nochmal so eine Höhle. Okay. Da muss ich mal gucken. Ich brauche Eis. Da ist nochmal so eine grüne Höhle. Vielleicht ist da... nochmal was drin. Und dann brauche ich nochmal so ein Stoffdingens. So. Ich brauche nochmal... ...so ein Dingens. Und dann nochmal so ein Dingen. Dass ich dann nochmal einen Oxysentank machen kann. Okay. Ups. Und dann lass mal gucken, weil... ...da... ...könnten wir vielleicht nochmal Glück haben. ...da ist auch, oh Gott. Wieder später können wir diese Kapseln hier öffnen. Ah, die tut mir weh, ne? Jawohl. Sag ich doch. Aber ich habe irgendwie noch keine... Ich habe das jetzt in Kauf genommen. Halt. Weil ich wusste, dass die mir weh tut. Ich brauche nochmal Silber. Ich hätte... Ja, das nervt. No Power Cell. Ach so, da muss ich in der Batterie reintun. Und dann komme ich da rein. Ist nochmal so eine blöde Drohne. Nochmal überlebe ich es nicht. Da, 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 da. Silber. Jawohl. Ach ja. So, jetzt muss ich erstmal zurück und die Quest machen. Das sind ja die beiden einzigen kümmerlichen Silber, die es hier gibt, wa? In unmittelbarer Nähe. Und da, wie gesagt, ich brauche nochmal so einen Stoff, sonst bin ich wirklich tot. So, dann machen wir das mal. Farbe Backpack. Backpack war... Silber und Electronic Part. So, hier war der andere Silber. Ja, First Steps. Backpack. Okay, jetzt kriege ich hier mehr rein. Blueprints. Fabrikator. Ach, da, meine Güte. Upgrade Station. Ups. Loop Markers. Data Blueprints. Data Transformer. Shields. So, mehr geht nicht. Wo, warum zeigt der Pfeil dahin? 5 Meter. Soll ich irgendwas machen? So, komme ich hier jetzt rein? Terminal. Terminal. Nee. Terminal. Ich habe jetzt gedacht... Da oben ist bestimmt eine Quest oder sowas. Weil hier kann ich jetzt noch nicht mehr machen. Okay, ihr Lieben, dann gucken wir mal das nächste Mal, wie es hier weitergeht. Und ich brauche unbedingt so ein Heelspack. Okay, ihr Lieben, dann beende ich den Teil hier für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich Tschau, Tschau, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.